Ihr wundert euch sicherlich, warum ich hier sitze und nicht die Sabrin. Wir haben es... Fuck! Fuck! Auszeh! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag mich doch. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum ich hier sitze und nicht die Sabrin. Wir haben uns mal gedacht, wir machen einen fliegenden Wechsel im Moderatoren-Team, damit es ein bisschen Abwechslung gibt. Mein Name ist Kübra und vielleicht kennt ihr mich aus meinen Vlogs auf YouTube. Ich habe heute zum Thema Kommunikation die liebe Laura hier sitzen. Hi, ich bin Laura, ich bin Dolmetscherin für deutsche Gebärdensprache. Insofern habe ich in meinem Alltag ziemlich viel mit Kommunikation zu tun. Und ich bin die beste Freundin von Eddy. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich hier sitze, glaube ich. Genau, Eddy werden wir später auch noch dazu holen. Du bist durch Eddy dann zum Gebärdensprachdolmetschen gekommen. Wie sieht dein Alltag in diesem Beruf aus? Zum Glück jeden Tag anders, was ich sehr schätze an dem Beruf. Also der Arbeitsalltag ist super, super divers. Große Kongresse, Bundestag, kleine Teamsitzungen, alles. Kindergeburtstage, Hochzeiten. Menschen wollen kommunizieren, Dolmetscher sind da. Wie gehen taub oder gehörlose Menschen auf Konzerte? Natürlich will man irgendwie die Musik verstehen. Ganz oft ist es ja leider so, dass diese Konzerte nicht gedolmetscht werden. Genau, das stimmt. Also was taube Menschen mir erzählen, ist, dass sie schon auch mal auf ein Konzert gehen. Aber das ist dann oft eher so, meine Kinder können hören und wollten dahin und brauchten eine Begleitperson. Oder ich habe hörende Freunde, die wollten dahin und haben mich mitgenommen. Oder weißt du was? Wir wollten uns das mal angucken und mal schauen, was das so ist. Ein bisschen anders ist es so bei Technopartys. Da habe ich schon öfter gehört, dass Leute einfach hingehen, weil sie wirklich Bock drauf haben, auf die Musik gehen, auf so diese Bässe. Und Leute, die dann öfter auf Konzerte gehen, unabhängig, ob da ein Dolmetscher ist oder nicht, sind dann eher so diese Szene-Geschichten. Also so, ey, weißt du, ich bin Hip-Hopper, mir ist egal, ob ich hören kann oder nicht. Und wenn da ein Hip-Hop-Konzert ist, sind da alle meine Homies und dann gehe ich da auch hin. Okay, okay. Aber da geht es dann weniger so um dieses reine Musikerlebnis, sondern das ist dann ganz viel von dem Ringsrum. Also je erlicht da und da steht einer und es groovt und es fetzt und im Publikum passiert ganz viel. Aber würdest du sagen, dass sie öfter auf Konzerte gehen würden, wenn sie öfter gedolmetscht werden würden? Das ist zumindest das, was die Erfahrung zeigt. Also sobald Dolmetscher da sind, gibt es eine exponentielle Steigerung des tauben Publikums. Deswegen sind eigentlich alle Veranstalter ziemlich doof, die das nicht machen, weil das ist einfach eine Riesen-Zielgruppe, die sie bisher komplett außer Acht lassen. Das ist ganz schön doof. Ja, total. Wie würden Veranstalter das angehen? Ähm, ziemlich easy. Sie fragen entweder ihren örtlichen Dolmetscher-Verband und sagen, hallo, ich habe ein Konzert und möchte es gerne dolmetschen lassen. Oder sie fragen bei mir an, das geht auch. Dann komme ich einfach vorbei. Genau. Ja gut, du kannst ja jetzt auch nicht in jedes Konzert. Wohl. Ich kann jedes Konzert dolmetschen. Überall und gleichzeitig. Wie gehst du damit um, wenn du gar keine Lust auf diese Art von Musik hast, die du gerade dolmetschen musst? Ein Hoch auf Internetvideos. In der Regel gibt es immer irgendwelche völlig krassen Fans, die das total feiern und davon kann ich mich ganz gut anstecken lassen. Okay. Also so ein Helene-Fischer-Stadion, das abgeht wie nix. Ja, da bin ich nicht immun gegen. Das ist ganz cool. Davon kann ich ganz viel ziehen. Und dann ist es halt, hey Helene, yo, lass uns arbeiten. Das ist halt voll okay. Das ist schön. Ich glaube, man braucht auch einfach diese Offenheit, wenn man diesen Job macht. Absolut. Und ist das so, dass du feste Gestiken hast für feste Worte oder kannst du die auch ästhetisch verschönern? Ich finde, bei Musik braucht es, um eine authentische Übersetzung zu haben, tatsächlich ganz, ganz viel Gefühl von mir selber, weil das ist das, was der Sänger auch macht. Der dolmetscht quasi auch diese Noten und dieses Papier und die schwarzen Punkte und Striche da drauf in Emotionen. Und das ist das, was ich auch machen muss. Ich muss quasi diesen Schritt zurückgehen. Wo kommt die Musik ursprünglich her? Was will uns der Autor damit sagen? Und das nochmal in eine neue Emotion transportieren und dann aber halt in meinem Medium, nämlich in visuellen Geschichten. Das, was eben auf der anderen Seite akustisch passiert. Du bist zu deinem Beruf Gebärdensprachdolmetscherin durch deinen engen Freund Eddie gekommen. Genau. Eddie und ich sind zusammen aufgewachsen und kennen uns jetzt seit, oh Gott, das sind schon fast 15 Jahre. Das ist echt super lang. Wow. Und ich glaube, ich war elf und er war, glaube ich, acht oder so, als wir uns kennengelernt haben. Also es ist schon 100 Jahre gefühlt. Und Eddie ist so in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, immer schwerhöriger geworden und dann später immer blinder und lebt heute, also medizinisch gesehen taubblind. Wobei er selber von sich sagt, dass er eher so schwerhörig ist. Und wir denken uns immer noch Wörter aus für seinen Sehzustand. Also Eddie ist schwerhörsichtig. Und wir zwei sind nach wie vor echt so die allerbesten Freunde und reisen viel, sind viel zusammen unterwegs. Cool. Genau. In diesen vielen Jahren hat sich eure Kommunikation ja dann auch verändert. Inwiefern hat die sich verändert? Wie würdest du uns das beschreiben? Am Anfang ist es extrem einfach zu beschreiben. Wir haben einfach immer lauter gesprochen und haben irgendwann echt geschrien. Und dann gesagt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen und haben angefangen mit Pikachu. Pikachu war meine erste Gebärde. Das sind quasi die Ohren. Und weil Eddie halt auch immer schlechter gesehen hat, habe ich einfach bei ihm an den Ohren gezogen. Also an den Ohren. Und so haben wir nach und nach alle quasi die wichtigsten Tierchen haben wir benannt. Und dann haben wir gesagt, weißt du, eigentlich, wenn wir schlau wären, würden wir uns jetzt noch was überlegen für gewonnen, verloren und ich komme morgen um vier anstatt um fünf. Und irgendwann ging uns aber so ein bisschen die Berührung aus. So 20 Mal auf die Schulter klopfen war blöd. Also haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein anderes System und haben uns Buchstaben ausgedacht und haben uns quasi eine, wir nennen sie gerne unsere Geheimsprache. Ja, davon habe ich gelesen. Ja, die Geheimsprache, die legendäre. Wenn ihr beide dann zusammenkommt, was unternimmt ihr? Was macht ihr so in eurer Freizeit zusammen? Wir reisen tatsächlich total gerne. Wir haben gerade angefangen, Europa zu bereisen. Und so das große Ziel ist auf jeden Fall Washington, weil Hauptstadt, wir wollen alle Hauptstädte einmal angucken. Und Tokio, weil da kommen die Pokémon her. Also müssen wir eigentlich definitiv irgendwann nach Tokio. Mal gucken. Ich finde die asiatischen Länder extrem spannend, aber extrem auch irgendwie überfordernd. Das fürchte ich auch, vor allen Dingen, wenn ich die Sprache nicht kann. Und ich meine, klar, ich gucke dann für zwei Leute und ich trage Gepäck für zwei Leute. Und es sind dann Treppensteigen für zwei. Und das ist alles total cool. Aber wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin und wo ich eigentlich, das macht das noch viel anstrengender, als irgendwie dieses für zwei Leute sich kümmern. Das wird mich, glaube ich, so ein bisschen nerven. Aber vielleicht nehmen wir uns einen coolen Reiseführer, dann wird das schon irgendwie passen. Also bisher haben wir immer eine Lösung gefunden und wir sind auch schon ins tiefste Nähe Apel gereist und waren so, okay, wir wissen überhaupt nicht, wo sind wir? Ja, cool. Dann müsst ihr auf jeden Fall schöne Fotos schicken. Das werden wir machen. Und damit wir auch ein bisschen Teil davon haben können. Was würdest du sagen, Laura? Ich würde sagen, wir holen jetzt endlich mal den Eddie dazu, damit ich schauen kann, wie ich mit ihm kommunizieren kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich auch schon, ihn kennenzulernen. Ja, cool. Machen wir. Tata, da sitzt der Eddie auch schon. Herzlich willkommen, Eddie. Ich würde dir jetzt gerne Hallo sagen. Wie mache ich das am besten? Möchtest du es zeigen? Ja? O. Mhm. B. C. D. I. F. G. 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 M. O. G. G. S. G. G. O, V, Y, X, Y, Z, E, Ö, Ü. Wie war das eigentlich in der Schule? Bist du auf eine spezielle Schule gegangen? Kannst du das erzählen? Zuerst in der zweiten Grundschule in Klippen, dann seit ich neu bin und schlechter gehört und gesehen habe, dann im Spezialunterricht von der gleichen Schule. Aber weil es nur bis Klasse 6 ging, bin ich danach kurz in das Oberlinhaus gekommen. Und von dieser Schule habe ich nun Hausunterricht. Also immer noch? Genau. Du bekommst immer noch Hausunterricht? Hast du immer noch? Immer noch, ja. Genau, ja. Und möchtest du was vom Hausunterricht erzählen? Und so lerne ich jetzt weiter die Kurzschrift von der Blindenschrift und es in es schreiben. Ah, okay, cool. Ich habe Blindenschrift verstanden. Genau, die Kurzschrift von der Blindenschrift. Die Kurzschrift. Okay. Und SMS schreiben. Ja, das habe ich auch verstanden. Ja. Cool. Ja. Was würdest du sagen, Eddie, ist die einfachste Form für dich zu kommunizieren mit anderen Menschen? Wäre das zum Beispiel in SMS-Form einfacher, mit fremden Menschen zu kommunizieren oder ihnen erstmal beizubringen, wie Lorman funktioniert? SMS oder alle Wunschungen oder was? Ah, okay. Okay, das ist also das Einfachste immer noch. Das ist also das Einfachste? Geht am schnellsten. Geht am schnellsten. Alles klar. Ja. Gut. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart, ihr Lieben. Sagst du auch? Kannst du mir vielleicht einmal zeigen, wie man Danke sagt? Wo ist das D? D. Genau. Dann A. A. N. N. Nee, N. Genau. K. K. Und dann wieder da auf den Zeigefingern. E. Genau. Ah, ja. Achso. Okay, Dankeschön. Ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt an die beiden, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren. In der nächsten Folge von Frag mich doch geht es übrigens um das Thema Behinderung in Film und Fernsehen. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaltet unbedingt ein. Wir sagen erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!